Einen schönen guten Tag hier in Leipzig Halle um Flughafen Airport CIO. Es geht weiter hier. Dankeschön Leute hier. Hier stehen halt. Ich glaube das sollen da wegdrücken. Einfach hier Platz haben. Ganz gut. Auch hier Förderbänder laufen. Mal hier schauen. Wir haben gerade nicht viele hier sehe ich. Rücken sie auf jeden Fall alle schon mal. Wir hätten noch Platz. Das heißt wir können schon mal schauen. Wie sieht es denn hier aus? Können wir auf jeden Fall schon mal beschreiben. Direkt positional sind wir noch nicht ganz durch. Zwei Mitarbeiter rein. Dann können wir den großen Türm in der großen Dings bauen. Wie sieht denn hier aus? Können wir noch ein paar Mitarbeiter mal einstellen. Hört sich. Irgendwie könnten wir auch noch ein paar suchen. Ja, also. Einmal. So, die wird noch weiter gebaut fleißig, die äußeren müsste ich noch eigentlich einsortieren. Die vier reichen als Kurzpark, aber da kommt auch die. Ein paar Busse können hier unten auch halten, das finde ich gut. Dann machen wir oben nämlich nur Taxen. Braucht schon einiges, bis das hier so ready ist. War auf die U-Bahn auch gespannt. Und... Ach, warte mal, ich muss noch eine Tür reinmachen. Macht ja Sinn, ne? Dann... Dann, das Tür. Dann, das Tür. Dann, das Tür. Dann, du... Dann, du... Langzeitparker, 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 einfach damit wir das haben. Dann würde ich hier oben weg machen, dann kommen hier nämlich nur die Tuxen hin. Ich glaube, das ist ein Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel. Es wird noch ein bisschen dauern hier, glaube ich. Es läuft schon ganz gut hin. Soll ich jetzt noch eine AnzeUE hin. Soll ich eigentlich noch ein W viere. Soll ich dich, drüben. Okay. Soll ich gerade mal, was wir Catalen? Oder ist das? Soll ich hier. Das war's. Soll ich deine Maschinen? Ja, Leute, da ich jetzt schon mal. Soll ich etwas nicht nur noch eins. Ich bin ich dir das jetzt schon mal. Das parkt, Mann. Das Licht ist schon da, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das ist schon. Das ist schon mal gut. 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 Das heißt, wir können jetzt eigentlich den... Das ist schon mal gut. 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 Wir haben jetzt das mal gut. Und wir haben jetzt das mal gut. Wir können noch Reinigung anbieten, Reinigung bin ich gerade am Vorschub. So, Reinigung, Reinigung. Es lupt. Es lupt, es lupt. Ich habe hier oben auch noch ein paar Töpfe. Und ich habe da oben geklappt. Nein. Noch mal ne Chance erst mal. Okay. 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 Und eine Tür rein. Also machen Sie die Tür. Das ist der Tür. Okay. Sollte Mal das haben, Geschäfte oder so, gleich mal schauen. Vielleicht jetzt hier unten planen, dann freuen wir uns als Eingang schon mal. Lass uns mal ein Restaurant machen. Ja. Ah Wasp Ah 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, macht auf jeden Fall Spaß jetzt, wenn er das jetzt hier so einigermaßen am Laufen hat. Dann nehmen wir uns durch, die Leute gehen raus, er fällt mir. Und jetzt aufgerufen. Und jetzt aufgerufen. 152 Leute kommen da aus. Noch zwei Leute rein. So, probiert er es schon. Was machen die Fahrzeuge? Und jetzt aufgerufen. Noch der Kredit. Gepäck geladen. Scheint alles zu laufen, ne? Hm. Wie haben wir denn? Ähm, überhaupt. Wenn ihr jetzt 200 nehmt. Ja, so läuft. Ja. Dann könnten wir noch mal probieren. Ja, das war jetzt so weit hunderttausend bezahlen. Da sind wir noch zwei hundert. Und um. Und um. Wir sind ja noch nicht im großen Bereich, wir sind ja erstmal im Mittelbereich. Auf jeden Fall sehr gut. Und um. Oh, hier die Gepäckausgabe, ne? Und das so einfach jetzt so darstellen, ne? Das ist schon ganz cool. Läuft immer Gepäck ein, irgendwie. Auch hier merkt man jetzt hier, wenn wir jetzt hier drauf gehen auf, wir hier wirklich sehr gute Kugel haben. Und dann sowas nochmal nach und nach mal vielleicht. Mal irgendwie ausrollen. Mal irgendwie hier ausrollen. Mal hier vielleicht dann. Ich muss demnächst hier die großen Eh dying haben. Das ist 100. Hallo. Ja. Okay. Oh, ein Google. Um. Achtung. Achtung. Gut, okay. 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 Und noch nicht klein hoch. Okay, wir müssen hier nochmal nachverhandeln irgendwann. Um. 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 Vielleicht noch mal einen neuen holen. Pinguin. und 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 Okay, dann haben wir erstmal abgelehnt, dann müssen wir mal gucken, wann man reine kommt. Wir können jetzt 300 Pflüger starten. Ich hoffe, das weißt ihr auch. Hier kommen richtig viele Leute raus. Ich weiß nicht, ob sie nach unten wollen. Machen wir nur die Taxen noch. Jetzt sind wir fast fertig mit Bauen. Mal gucken, wie viele Leute wir hier haben. Machen wir den Betrieb. Wir machen hier auf. Eigentlich mal. So. Er läuft, ne? Ja. Aus mit den Aufträgen. Ja, und das war die Folge für heute. Schau, ob es Spaß gemacht hat. Dann lasst noch den Daumen da. Würde den Kanal ein bisschen unterstützen. Wille anderen Leuten zeigen, wie gut es hier läuft und hier läuft es auch richtig wärmer. Ich möchte hier noch einen reinsetzen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.